Hallo lieber Wassermann, hier ist die Inbal von Inbalstero.com. Herzlich willkommen. Gerne möchte ich heute mit dir schauen, wie es nächste Woche bei dir aussehen wird. Beachte bitte immer auch dein Mond, Venus und Aszendenzzeichen. Unten in der Infobox und im obersten Kommentar findest du den Link zu den häufigsten Fragen, die Links zu den Jahresmonats- sowie Wochenlegungen und den Link zur Übersicht aller Tarot-Karten, wo du auch diese Rider-Waite-Karten finden kannst. Radiant Rider-Waite heißen diese. Nicht vergessen, die Rollen können vertauscht sein, die Legungen sind immer geschlechterunabhängig, Zeit ist flüssig und es handelt sich hierbei um Kollektivlegungen. Also schauen wir mal. Wassermann vom 24. bis 30. August. Wassermann, ich sehe dich, vor meinem geistigen Auge sehe ich dich auf einem, nein, nicht auf einem Feld, du bist in der Wüste. Jawohl. Du stehst da in der Wüste mit zusammengekniffenen Augen und versuchst da etwas zu sehen. Wassermann, du hast eine Fata Morgana. Eine Fata Morgana, das entsteht bei sehr großer Hitze. Also ich habe sowas noch nie erlebt. Man sagt eben so Menschen, die in der Wüste verloren gehen und vor lauter Durst dann plötzlich Dinge sehen, die es gar nicht gibt in dieser Hitze. Du siehst eine Oase, Wassermann. Und du bist dir nicht sicher, ob es eine Fata Morgana ist oder nicht. Ich sehe dich sehr durstig mit abgewetzter Kleidung. Ja, du scheinst dir wirklich in der Wüste verloren zu sein. Und du siehst da was in der Ferne. Du kneifst die Augen zusammen und fragst dich, ist das wirklich eine Oase, die ich da sehe? Und du sagst, wenn ich ein Fernrohr hätte, dann könnte ich da hinschauen und sehen, ob es wirklich eine Oase ist oder nicht. Ja, erstens mal bist du in der Wüste und dir fehlt Wasser. Ja, und Wasser steht in der, im Tarot steht Wasser für die Liebe. Und es scheint mir, dass die Abwesenheit von Liebe dich ungläubig werden lässt in Bezug auf das, was du siehst. Ein Fernrohr ist für mich etwas, das man zur Analyse benutzt, um etwas genauer anzuschauen, um mehr Informationen über etwas zu gewinnen. Oder man sieht einen Vogel und mit dem Fernrohr kann man dann sehen, was das für ein Vogel ist, welche Farbe, welche Größe. Ja, das sind für mich Informationen, also Schwerter, die du haben möchtest in Bezug auf das, was du da vorne siehst. Jene, die es mit Wassermann zu tun haben, sollten es nicht persönlich nehmen, wenn Wassermann skeptisch drauf ist. Wassermann ist mitten in der Wüste und sieht diese Oase. Ja, aber fragt sich aber auch, ob das eine Fata Morgana ist. Ja, eine falsche Vorstellung, etwas, das nicht wirklich echt ist. Du wirst Fakten haben wollen, Wassermann. Es gibt ja diese Fälle, wo man einander datet und nach fünf Dates heißt es, du übrigens, ich bin in einer Beziehung. Sowas wird bei dir nicht passieren in nächster Zeit. Von Anfang an wirst du alle Informationen haben wollen. Ach, der Kelche. Du siehst da was, ja? Die Oase. Die Oase. Für jene, die es nicht wissen, Oasen sind in der Wüste die Stellen, wo es Wasser gibt. Ja, vor lauter Durst siehst du da vorne eine Oase. Also es kann hier sehr gut sein, dass dir da jemand auffällt, Wassermann. Irgendwie, irgendwo. Ja? Wir haben es von der Wüste. Es kann durchaus sein, dass es an einem Ort ist, wo theoretisch die Liebe nichts verloren hat. Sprich, am Arbeitsplatz zum Beispiel. Ja, viele lernen sich am Arbeitsplatz kennen, aber so von der Idee her sollte da eigentlich nicht die Liebe gesucht werden. Ja? Ich habe nie die Liebe gesucht am Arbeitsplatz. Bin auch nie auf irgendwas eingegangen. Drei der Stäbe. Aussicht, ja? Bei dieser Karte geht es darum, dass man hier einen beschwerlichen Weg hinter sich hatte und jetzt plötzlich hier rausschaut. Das hier ist Gewässer, ja? Ob es nun Meer ist oder nicht, das kann man nicht wirklich erkennen. Hier sind Schiffe. Also plötzlich siehst du da Liebe. Plötzlich siehst du da so einen Sonnenaufgang. Ja, hier wartet man auf den Sonnenaufgang. Die Sonne ist die positivste Karte im Tarot. Plötzlich siehst du da in der Ferne die Möglichkeit der Liebe. Und es ist schon fast zu gut, um wahr zu sein. Jetzt versuchst du genauer zu sehen. Versuchst du in die Ferne zu sehen. Du willst hier jetzt Information haben. Was ist das? Wer ist das? Zwei der Stäbe. Zu gut, um wahr zu sein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Bei zwei der Stäbe ist man skeptisch drauf, ja? Und bei drei der Stäbe sagt man sich, jawohl, doch, das wird gut, ja? Und normalerweise ist man zuerst skeptisch, weiss nicht so recht, ob es gut oder schlecht wird. Und dann weiss man doch, es wird gut. Und dann kann man in Richtung vier der Stäbe gehen. Und vier der Stäbe ist dann eine Beziehung. Und hier kommt jetzt direkt etwas auf dich zu, das Potenzial für eine Beziehung hat. Es ist durchaus ein Liebe-auf-den-Ersten-Blick-Moment hier. Und du nur so, ach nee, 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 das kann doch nicht sein. Du schüttelst da mit dem Kopf und sagst, äh, nee, das kann doch nicht sein. Ich, 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 das ist eine Fata Morgana. Ich bilde mir das ein. Ich bilde mir das ein. Ich komme nicht raus. Was ist das? Was ist das? Ist das echt? Der ist hier in der Wüste. Ist das echt? Kann das sein? Gerechtigkeit. Drei der Kirche. Ja, das kann sein. Es gibt Grund zu feiern. Du bist da in der Wüste verloren gegangen, Wassermann. Und von oben kommt eine Gerechtigkeit auf dich zu. Und es gibt da Grund zum Feiern. Du darfst aufjubeln. Es gibt hier Grund zum Feiern, Wassermann. Das da, dieser Optimismus, den du hier hast. Du musst nicht mit dem Kopf verschütteln. Es ist echt. Geh da hin. Lerne diesen Menschen kennen. Und holt dir die Informationen. Okay. Ich werde hier. Es ist echt Ritter der Kirche. Ich werde hier mit dem Hexentarot eine weitere Reihe ziehen. Dann sehen wir, was hier genau passieren wird. Und worauf das Ganze hier hinausläuft. Diese Karten hier, Wassermann, werde ich fragen, was du noch nicht über diesen Menschen weißt, aber wissen solltest. Und da, wo ich Action sehe, werde ich eine Zeitkarte ziehen. Dann wissen wir, wann das ungefähr stattfinden wird. Den Link für die Fortsetzung findest du unten in der Infobox und im obersten Kommentar. Falls dir mein Stil gefällt, freue ich mich über deinen Klick auf Abonnieren. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Und allen anderen wünsche ich alles Gute. Macht's gut. Bye, bye.